Das Weingut Poccioli Volpi befindet sich im Latium und wird seit ein paar Jahren von dem Star-Oenologen Riccardo Cotarella beraten. Seine Handschrift ist deutlich zu erkennen, so auch im Trey. Eine im Holzfass gereifte Cuvée aus den drei Rebsorten Syrah, Cabernet Sauvignon und Petit Verdot. Der Wein ist würzig, fleischig, saftig, vielschichtig, dazu aber auch sehr samtig und elegant. Das ist einfach ein wunderbar ausgewogener Wein, der in seiner Preisklasse Maßstäbe setzt.